herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal und zwar werde ich ab heute den 13 12 2023 bis zum 13 1 2024 ein kleines experiment mit einer cook group machen und zwar bin ich wenn im kooks beigetreten und ich möchte testen was mir das hilft beim resellen und ob ich dadurch bessere profite als davor erzielen werde und auch werde ich euch davon immer wieder updates geben was in den letzten tagen so ging und was ich für gewinne erzielt habe noch vorab möchte ich sagen dass ich auch schon davor erfahrungen mit reselling gemacht habe unter anderem mit schuhen sehr sehr viele paare habe ich schon verkauft und ich möchte jetzt einfach mal eine cook group testen und ich habe mich einfach für werden im kooks entschieden ist jetzt keine werbung oder so sondern ich habe mich dafür selber entschieden über freunde und auch kontakte habe ich öfters gehört dass diese zu empfehlen ist und deshalb habe ich mich für diese entschieden aber es ist jetzt keine spezielle werbung macht euch ein eigenes bild darüber so ich bin seit zehn minuten in der cook group beigetreten und das erste was ich gesehen habe waren leimgutscheine und die haben tatsächlich geklappt was schon mal sehr sehr cool ist da ich aus jetzt kein gewinn oder so aber da ich sehr sehr viel in der stadt unterwegs bin es ist sehr sehr praktisch dass man einfach mal mit einem scooter for free rum fahren kann und zwar habe ich hier ich kann es ich kann es irgendwann anders aber ihr seht hier deutlich 15 minuten dreimal for free und noch dreimal zehn minuten for free finde ich schon mal sehr sehr cool ist jetzt noch kein richtiger gewinn aber für den anfang schon mal echt eine coole sache und nimm mal gerne mit eine ewigkeit später so es geht heute mal wieder weiter und zwar ist es jetzt schon etwas eine längere zeit dass ich mich melde ich habe jetzt seit längerer zeit an raffles und an möglichen teil genommen wir haben jetzt den elften ersten auf fast einen monat rum auf jeden fall ich hatte ganz gute erfolge ich bin zufrieden dafür dass ich nicht gebottet habe oder irgendwas sondern einfach immer manual ausgecheckt habe ich habe einmal den speed up cup bekommen und und heute heute war crazy kam ein shock drop wo diese auch in der nike sneakers app kam der black canvas der midnight navy der military black und der jordan vierammer manier und der jordan 1er lost and found und ich habe mich bei allen angemeldet ich habe angefangen eigentlich als erstes mit dem midnight navy habe ich nicht bekommen ich habe danach direkt auf den lost and found gedrückt und ihr seht es auch schon da steht gekauft ich habe einfach den lost and found bekommen alles nur wegen der group sage ich ehrlich ist geisteskrank bin ich sehr sehr zufrieden die bestellung wurde auch schon bestätigt ja bin ich sehr zufrieden den zeige ich euch auch in dem video beim buttercup habe ich leider vergessen tut mir leid gerade war die poster und wie ihr sehen könnt mit einem paket von nike und ich glaube dass ich eigentlich nichts bei nike bestellt habe außer den jordan 1er lost and found ist er das auch schaut euch den karton an wie wunderschön hier könnt ihr den wunderschönen schuh sehen ich habe ihn bekommen beim shop drop alles dabei sehr sehr geil sehr 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 schöner schuh sehr sehr schöner jordan 1er boah aber den habe ich schon wieder verkauft ja und dann in der cook group waren noch ganz coole sachen so was man muss ja nicht immer nur dass man geld verdient sondern es kam auch kurz für leibens gute rein das war sehr cool kann ich euch auch mal ein paar videos einblenden ich konnte ein bisschen for free mit leim herumfahren das war ganz cool so war ganz praktisch für mich so in der stadt und ja sonst habe ich nicht so viel eingetütet und so aber trotzdem sehr gut der buttercup hat 130 gekostet ich habe ihn für 200 verkauft auch 70 euro gewinnen und jetzt den hier hat 180 gekostet und bei stock x geht er direkt einfach zum einsenden für 309 heißt 130 euro gewinnen sind zusammen 200 euro gewinnen dann jetzt auch mal kurze stories zu fails aber erst fail war ich habe aus versehen da wurden man sollte einen lipgloss kaufen ich habe aus versehen einen lippenstift bestellt und habe den viermal bestellt waren 160 euro habe ich einmal wieder zurückgeschickt habe ich auch alles wieder bekommen war alles gut trotzdem muss man auch mal von den feld erzählen so ehrlich und dann was war noch ja sonst eigentlich nichts passiert ich kann euch auch noch mal ein video einblenden was auch ganz interessant war beim buttercup oder allgemein wie diese drei speedrunks da rauskam vor 15 tagen um euch mal zu zeigen dass relativ schwer war überhaupt einzubekommen mit dem auf rubbeln das ging bei dem einen nicht kann ich euch mal zeigen und ja es war eher glückssache und ja dann was ich auch noch sagen muss die kuckschu kostet im monat 35 euro heißt jetzt auch ich habe die zwei schuhe bekommen von den 200 euro gewinnen noch mal minus diese 35 euro sind wir bei 165 euro gewinnen ja war kein schlechter monat für mich vielleicht passiert die nächsten tage noch was und ich sage euch ehrlich ich würde euch dazu raten in die kuckschu zu gehen muss jetzt nicht wenn im cook sein obwohl ich damit jetzt echt gute erfahrungen gemacht habe es ist jetzt auch keine werbung oder dass ich irgendwas mit denen abgesprochen habe aber ich bin echt sehr zufrieden damit und wenn ihr eine kuckschu sucht schaut euch oben und schaut was ihr für richtig haltet aber ich war auf jeden fall sehr zufrieden kann euch auch wenn ihr einfach nur nebenbei resale so wie ich mäßig euch trotzdem eine kuckschu empfehlen dass ihr trotzdem zum beispiel mitbekommen wenn so ein shockjob ist wie heute mit diesen loss und phones weil das bekommt ihr ohne kuckschu nicht mit nein tut ihr einfach hochladen aber du weißt es selber nicht und ist einfach doof dann hast du eigentlich gar keine chance und ja das war auch eigentlich jetzt alles was ich so sagen wollte auf jeden fall danke fürs zuschauen und wenn ihr mehr solcher videos haben wollt zum beispiel zu geld verdienen oder allem möglichen dann können wir das auch gerne öfters machen und lasst gerne ein like und ein abo da und auch gerne einen kommentar für den algorithmus was ich besser machen kann und ja dann bis zum nächsten mal schönen tag euch noch ciao auf jeden fall